Hallo zusammen zu einem weiteren Promo-Code-Giveaway, nicht Promo-Codes-Giveaway, sondern Promo-Code-Giveaway. Ich habe nämlich diesmal einen Promo-Code und zwar ist dieser für ein iPad-Spiel. Das heißt, alle, die nur ein iPod Touch oder ein iPhone haben, können jetzt hier gleich schon mal wegschalten. Und zwar habe ich einen Promo-Code für Ice Age Deluxe, irgendwas mit Dinosaurier kommt noch danach, aber es ist Ice Age Deluxe fürs iPad. Das ist ungefähr die Version oder vielleicht sogar genau die gleiche, die es auch für den iPod gibt, aber die ist halt nochmal aufgehübscht worden und so weiter. Und dafür habe ich einen Promo-Code und den will ich an euch weitergeben. Und es sind wie immer die gleichen Regeln. Ihr müsst erstens Abonnent sein, zweitens das Video positiv bewerten, das heißt Daumen nach oben, drittens einen Kommentar machen. Wer mehr Kommentare macht, wird disqualifiziert einen Kommentar mit Ice und dann minus euren Kommentar. Und ja, das war es dann auch schon wieder. Mehr müsst ihr nicht machen. Auslosen tue ich dann mit random.org. Wann ich das Giveaway dann auslose, das überlasse ich dann meinem Zeitplan. Dann mache ich noch kein festes Datum und ja, ich hoffe, dass ihr alle fleißig mitmacht und dass ihr auch natürlich Erfolg habt. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin raus hier und hoffe mir, dass Deutschland heute gewinnt. Und dass das Wetter schön bleibt und dass wir alle Geschenke zu Weihnachten kriegen. Und ja, ich bin einfach raus hier und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!